Hallo meine Lieben, ich bin's wieder eure Melly. Heute habe ich wieder ein ganz neues Video für euch. In dem heutigen Video geht es um zwei verschiedene Haarfrisuren, die ihr in der Schule tragen könnt oder auf Arbeit oder in der Ausbildung oder im Alltag, je nachdem wie ihr das haben möchtet. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Für die erste Frisur nehmt ihr eure Haarbürste und bürstet alle eure Haare auf eine Seite erstmal durch. Und damit alle Knoten aus euren Haaren draußen sind. Musik Dann nehmt ihr eure Hände und macht die hintere Haare alle auf einer Seite und befestigt es mit einer Haarklammer, damit es auf einer Seite bleibt. Musik Da meine Haare dick und schwer sind, benötige ich zwei Haarklammer. Musik Da meine Haare dick und schwer sind, benötige ich zwei Haarklammer. Hinten sollte es dann so aussehen. Danach nehmt ihr die vordersten Haare auch zur Seite und setzt die Haare ein bisschen mehr nach oben, damit auf euren Kopf etwas Volumen entsteht. Musik Danach nehmt ihr einen Bobby Pin und befestigt das Ganze, damit die vordersten Haare nicht nach unten rutschen kann. Musik Dreht alle restlichen Haare in einer Richtung und und bindet sie mit einem Zopfgummi zusammen. Musik Teile dann eure Haare, die ihr in einem Zopf zusammengebunden habt, in zwei gleiche dicke Strähnen und ihr könnt entweder wie ich jetzt einen Fischkretenzopf flechten oder einen normalen Zopf flechten. Ich nehme von mir aus gesehen von der linken Strähne außen eine Strähne in die Mitte zur rechten Strähne und halte es dann fest und lasse die linke Strähne fallen und nehme jetzt von der rechten Strähne außen eine Strähne in die Mitte zur linken Strähne und halte es wieder fest und lasse die rechte Strähne fallen. Also nochmal, ich nehme von der linken Strähne die äußere Strähne in die Mitte und halte es mit der rechten Strähne fest und nehme von der rechten Strähne die äußere Strähne in die Mitte und halte es mit der linken Strähne fest. Also von links in die Mitte nach rechts und von rechts in die Mitte nach links. Und wichtig dabei ist, dass ihr eure Haare immer in gleichmäßig große Strähnen einteilt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Wenn ihr unten angekommen seid, bindet ihr euren Fischgräten Zopf mit einem Haargummi zusammen. Um mehr Volumen und Fülle zu bekommen, ziehe ich mit meinen Fingern den Fischgrätenzopf etwas auseinander, damit es etwas größer bzw. etwas breiter aussieht. Und tada, fertig ist euer seitlichen Fischgrätenzopf. Die Haarfrisur ist auch passend zum Sommer. Vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr schwitzt, dass eure Haare am Körper kleben bleibt. Und mit diesen Haarfrisur kann es euch bestimmt nicht passieren und dazu ist es noch ein absoluter Hingucker. Oder was meint ihr? Für die zweite Frisur nehmt ihr eure beiden Daumen und teilt eure Haare in zwei Hälften. Damit ihr oben und unten Haare habt. Danach nehmt ihr eure Haarbürste und bürstet die obersten Haare von vorne nach hinten zu einem Zopf und bindet es mit einem Haargummi zusammen. Amen. Musik 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 Danach nehmt ihr euren Duttkissen und zieht die oberen Haare, die ihr zu einem Pferdeschwanz zusammen gebunden habt durch euren Duttkissen und deckt mit euren Haaren den Duttkissen ab. Musik Danach nehmt ihr einen zweiten Haargummi und befestigt eure Haare an den Duttkissen. Musik Die restlichen Haare macht ihr einfach nach hinten. Hinten sieht es dann so aus, als hättet ihr einen Stufenschnitt, welches sehr hübsch aussieht und ein richtiger Blickfang ist. Ihr könnt auch euren Dutt, falls es euch zu langweilig aussieht, mit einem Zopfgummi mit Blumen oder mit Feder verzieren. Dazu gibt es den Dutt nochmal einen extra Halt. Musik Da ich viele Babyhaare habe, die nach oben abstehen, nehme ich meinen Anti Frizz Haarspray von Got2b und sprühe es in die Haare und drücke die Babyhaare nach hinten. Musik Ich hoffe euch gefallen meine zwei Haarfrisuren und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachfrisieren. Musik So, das war es auch schon von meinem Video. Ich hoffe euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. So sehe ich, ob ihr solche Videos von mir noch weiter sehen möchtet. Und ich bedanke mich wirklich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik